Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. Seid ihr auf der Suche nach Projekten mit besonders großem Aufwärtspotenzial? In diesem Beitrag zeigen wir euch die Top 5 Projekte mit sehr starkem Wachstumspotenzial für Mai 2022. Oft reicht es schon aus, in nur ein Projekt frühzeitig zu investieren, um mit Kryptowährungen finanziell frei zu werden. In diesem Beitrag zeigen wir euch 5 Projekte, die euch reich machen können. Und auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu folgende Frage. Welche Projekte habt ihr aktuell auf dem Radar? Teilt eure Meinung mit der Community und tauscht euch mit gleichgesinnten Kryptofans aus. Bevor wir uns mit vielversprechenden Projekten für den Monat Mai beschäftigen, werfen wir einen kurzen Blick auf den Marktführer Bitcoin. Nach einigen Wochen erfreulicher Entwicklungen ist Bitcoin gerade wieder unter das kritische 40.000 US-Dollar-Niveau gesunken. Obwohl sich die meisten Anleger eher nach Kursanstiegen sehnen, stellt die jüngste Entwicklung keinen Grund zur Unruhe dar. Wie bereits häufiger berichtet, bieten Kursanstiege stets auch einen Verkaufsdruck für Anleger, die seit längerem im Minus waren. Sobald der Kurs hierbei an die Stelle gelangt, an dem diese Kurzzeit-Investoren ohne Verlust aussteigen können, nehmen die meisten diese Chance wahr, was wiederum zu Kurseinbrüchen führt. In diesem Zusammenhang sind oftmals auch Handelsbewegungen mit Hebel ein Grund für die stärkeren Ausreißer des Kurses von Bitcoin. Insgesamt sind Anleger deutlich verunsicherter, als sie bereits vor ein paar Wochen waren. Hierbei zeigt der sogenannte Fear-and-Greed-Index wieder extreme Angst an, was oftmals ein Zeichen für einen überverkauften Markt ist, in dem Anleger oftmals zu pessimistisch gegenüber der Zukunft eingestellt sind. Lasst uns nach dieser kurzen Übersicht nun direkt mit den Top-Projekten für Mai loslegen. Die ersten zwei Projekte, die wir euch in diesem Beitrag vorstellen, folgen einem neuen Trend, welcher bereits Wellen innerhalb der Kryptosphäre geschlagen hat. Viele von euch werden in diesem Zusammenhang bereits von Play-to-Earn-Spielen gehört haben, bei denen man durch aktives Spielen Kryptotoken verdienen kann. Ein neuer Trend beschäftigt sich nun mit dem Verdienen von Kryptotoken mithilfe von Bewegung und wird als Move-to-Earn bezeichnet. Das mag im ersten Moment vielleicht ein wenig seltsam klingen, bietet bei näherer Betrachtung jedoch großes Potenzial, auch von Großanlegern aufgegriffen zu werden. Mit zunehmender Popularität von sozialen Medien werden auch Themen wie Gesundheit, Bewegung und Sport immer beliebter. Ein Beispiel für ein Projekt, das jenseits von Kryptowährungen bereits einige Investoren anziehen konnte, wäre Runtastic. Runtastic war in diesem Zusammenhang ein Projekt, das es ermöglichte, die Distanzen von Laufstrecken einfach zu messen und somit eine Übersicht über sein Training zu erhalten. Im Jahr 2015 kaufte Adidas das Projekt um etwa 220 Millionen Euro und änderte den Namen der Applikation im Endeffekt auf Adidas Running bzw. Adidas Training. Während Runtastic hierbei den Aspekt von Krypto-Gewinnen so weit komplett ausgeblendet hatte, zeigt es eindeutig auf, dass Interesse an der zugrunde liegenden Technik besteht. Bevor es mit den Top-Projekten für Mai weitergeht, großen Dank an Bit2Me, die das heutige Video ermöglicht haben. Bit2Me ist ein im Jahr 2014 gegründetes Unternehmen, das sich grundsätzlich auf Finanztechnologie spezialisiert und tiefes Wissen im Bereich der Blockchain-Technologie und Kryptowährungen vorweisen kann. In den letzten Monaten hat sich Bit2Me stark weiterentwickelt und Top-Talente von Kraken und Coinbase abwerben können. Diese haben sich direkt an die Arbeit gemacht und um dem ausgesprochenen Ziel, Kryptowährungen mehr Menschen zugänglich zu machen, das neue Produkt Bit2Me Launchpad angekündigt. Was ist das Bit2Me Launchpad? Mit dem Bit2Me Launchpad profitieren Halter des Bit2Me Tokens von der Möglichkeit, frühzeitig in geprüfte Kryptoprojekte investieren zu können. Nutzer von Bit2Me profitieren dabei von zahlreichen Vorteilen. Sie können vor allen anderen in die vielversprechendsten Projekte investieren. Das Team von Bit2Me prüft jedes Projekt auf Herz und Nieren sowie eine garantierte Listung auf Bit2Me. Alle Projekte, die es ins Bit2Me Launchpad schaffen, werden auch auf Bit2Me gelistet. Dort können frühe Investoren ihre Token zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen. Um an den ICOs auf dem Bit2Me Launchpad teilnehmen zu können, braucht es lediglich einen Bit2Me Account. Bit2Me konnte kürzlich nun eine weitere spannende Partnerschaft schließen, die sich insbesondere für Halter des Bit2Me Tokens als äußerst vielversprechend ergeben. In einem Blogpost verkündete das Unternehmen eine Kooperation mit AWS Activate, einer Startup-Initiative von Amazon. Das Ziel dieser Partnerschaft ist es, Kryptowährungen weitgehend verfügbarer und zugänglicher zu machen. Den Link zu Bit2Me und all seinen Produkten findet ihr wie immer unter diesem Video. Das erste Projekt, das wir euch nun in Verbindung mit dem Move-to-Earn-Trend vorstellen, ist Steppen. Steppen konnte in kürzester Zeit eine Marktkapitalisierung von beinahe 2 Milliarden US-Dollar erreichen und bereits eine Vielzahl namhafter Investoren überzeugen. Was genau ist nun Steppen? Steppen ist eine Web3-Lifestyle-App mit eingebauten Elementen von Videospielen und sozialen Medien. Steppen stellt hierbei ein Projekt dar, das ein funktionierendes Move-to-Earn-Konzept zum Leben erweckt hat und beim Solana Ignition Hackathon 2021 den vierten Platz von über 500 Projekten belegte. Wie funktioniert das Verdienen nun genau? Alles beginnt damit, dass sich Nutzer Sneaker in der Form von NFTs kaufen, welche einen dazu berechtigen, am Projekt teilzunehmen und Token zu verdienen. Indem Nutzer draußen gehen, joggen oder rennen, verdienen sie wiederum die Spielwährung, die sie entweder im Spiel verwenden oder gegen Gewinn eintauschen können. Das Projekt kann in diesem Zusammenhang zwei Krypto-Token vorweisen. Einerseits seinen Governance-Token namens GMT und andererseits die Spielewährung Green Satoshi Token, welche man für seine Aktivität verdienen kann. Mit GameFi will Steppen Millionen von Menschen zu einem gesünderen Lebensstil anregen, den Klimawandel bekämpfen und die Öffentlichkeit mit dem Web 3.0 verbinden, während es gleichzeitig auf den sozialen Aspekt setzt, um eine dauerhafte Plattform für nutzergenerierte Web 3.0-Inhalte aufzubauen. Während Steppen bereits jetzt eine Marktkapitalisierung von beinahe 2 Milliarden US-Dollar aufweisen kann und recht nahe an seinem historischen Allzeithoch handelt, stellt das System von Move2earn definitiv einen Trend dar, welcher zukünftig noch von Großinvestoren aufgegriffen werden kann. Für Anleger ist es jedoch womöglich profitabler, sich hierbei nicht auf das größte Projekt dieses Teilbereichs der Kryptosphäre zu konzentrieren, sondern vielmehr auf kleinere Projekte mit höherem Aufwärtspotenzial. Aktuell kann GMT auf allen etablierten Kryptobörsen wie beispielsweise Binance erstanden werden. Da, wie bereits erwähnt, insbesondere Investitionen in kleinere Projekte die größten Gewinnmöglichkeiten bieten, sollte man sich als Krypto-Anleger auch jenseits von größeren Projekten wie Steppen nach möglichen Investitionen umsehen. Ein Blick auf den Markt der Move2earn-Projekte zeigt uns hierbei eine Handvoll möglicher Kandidaten. Während Steppen zwar bereits gezeigt hat, Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu können, ist es fragwürdig, wie viel Wachstum das Projekt am aktuellen Punkt seiner Entwicklung noch erwirtschaften kann. Obwohl kleinere Projekte in diesem Zusammenhang auch ein größeres Risiko, ähnlich dem von Startups darstellen, bieten sie deutlich höheres Aufwärtspotenzial als bereits etablierte Alternativen. Projekte wie DotMoves oder Genopets stellen hierbei die nächstgrößten Projekte dieses Teilbereichs der Kryptosphäre dar. Wie bereits erwähnt, ist das System von Move2earn noch relativ unbekannt, weshalb hierbei großes Potenzial für die Zukunft besteht. Als Krypto-Trader sollte man hierbei jedoch niemals eigene Recherche vernachlässigen und sich die Investoren, Tokenomics und weitere Faktoren von Projekten stets ansehen und unter die Lupe nehmen. Während höheres Risiko auch stets höhere Gewinne bedeutet, kann es also auch genauso gut passieren, dass Projekte sich nicht auf dem Markt durchsetzen können. Investiert deswegen immer nur einen kleinen Teil eurer verfügbaren Geldmittel in risikoreichere Projekte. Das Gute hierbei ist, dass bereits eine kleine Investition aufgrund des höheren Aufwärtspotenzials große Wellen schlagen kann. Wo Genopets bereits über Börsen wie FTX erstanden werden kann, ist DotMoves primär über dezentrale Kryptobörsen wie PancakeSwap erhältlich. Ein Blick auf die teils niedrigen Handelsvolumen und Liquiditätstiefen dieser Handelspaare zeigt, wie riskant Investments in derart kleine Projekte sind. Wer also in diesem Zusammenhang genau lernen will, wie man Projekte analysiert und selbst herausfindet, welche Token top und welche flop sind, sollte auf jeden Fall unsere Akademie besuchen. Wir freuen uns auf euch. Gehen wir nun vom Move-to-Earn-Trend zum nächsten Projekt namens Kava über. Kava ist eine Layer-1-Blockchain, die die Geschwindigkeit und Interoperabilität von Cosmos mit der Entwicklerleistung von Ethereum kombiniert. Das Kava-Netzwerk verwendet eine für Entwickler optimierte Co-Chain-Architektur. Die Ethereum-Co-Chain ermöglicht die Unterstützung von Ethereum-Smart-Contracts, während die Cosmos-Co-Chain den blitzschnellen Konsensmechanismus und das Inter-Blockchain-Communication-Protokoll, kurz IBC von Cosmos, ermöglicht. Die beiden Co-Chains sind durch ein Übersetzungsmodul verbunden, das ihre nahtlose Interoperabilität ermöglicht und die beiden meistgenutzten Blockchain-Entwicklungsumgebungen in einem einzigen skalierbaren Netzwerk zusammenführt. Das Kava-Netzwerk verfügt über einen nativen Governance- und Utility-Token, Kava, welcher von Validatoren eingesetzt oder an Validator-Knoten delegiert werden kann. Staker und Delegatoren verdienen hierbei 37,5% aller Kava-Emissionen als Belohnung für die Sicherung des Netzwerks. Kava-Staker haben außerdem ein Stimmrecht bei Vorschlägen zur Netzwerkverwaltung. Wie bereits erwähnt, ist die revolutionäre Co-Chain-Struktur eines der Alleinstellungsmerkmale des Projekts und konnte bereits vielversprechende Partnerschaften schließen. Aktuell verfügt das Projekt über eine Marktkapitalisierung von knapp unter einer Milliarde US-Dollar und kann auf den meisten etablierten Kryptobörsen wie Binance und Kraken erstanden werden. Das vierte Projekt, welches große Gewinne im Mai bescheren kann, ist das NEAR-Protokoll. Das NEAR-Protokoll ist eine Layer-One-Blockchain, die als gemeinschaftlich betriebene Cloud-Computing-Plattform konzipiert wurde und einige der Einschränkungen beseitigt, die konkurrierende Blockchains behindern. Hierzu gehören Dinge wie niedrige Transaktionsgeschwindigkeit, geringer Durchsatz und schlechte Interoperabilität. Dies bietet die ideale Umgebung für dezentrale Anwendungen und schafft eine entwickler- und benutzerfreundliche Plattform. So verwendet NEAR beispielsweise von Menschen lesbare Kontonamen im Gegensatz zu den kryptografischen Wallet-Adressen, die bei Ethereum üblich sind. NEAR bietet auch einzigartige Lösungen für Skalierungsprobleme an und verfügt über einen eigenen Konsensmechanismus. Das NEAR-Protokoll wird vom NEAR-Collective entwickelt, einer Gemeinschaft, die den ursprünglichen Code aktualisiert und Updates für das Ökosystem bereitstellt. Erklärtes Ziel ist es, eine Plattform zu schaffen, die sicher genug ist, um hochwertige Werte wie Geld oder Identitäten zu verwalten und leistungsfähig genug, um sie für den Alltag nutzbar zu machen. Was spricht denn nun für das NEAR-Protokoll? Mehr als 500 in der Entwicklung befindliche Anwendungen sollen dieses oder nächstes Jahr veröffentlicht werden, was ein eindeutiges Zeichen für die gesunde Weiterentwicklung und das Wachstum des Projekts ist. Weiters gibt es eine Menge positiver Nachrichten für NEAR, beispielsweise mehrere Fundraising-Ankündigungen, die sich auf über 500 Millionen Dollar im Jahr 2022 summieren, sowie die Listung auf Coinbase, die noch vor Ende des Jahres erfolgen soll und NEAR eine beträchtliche Menge an zusätzlicher Liquidität bringen wird. Der NEAR-Token kann hierbei, ähnlich wie die anderen Projekte, über etablierte Kryptobörsen wie Binance und Co. erstanden werden und bietet ausreichend Liquidität für sichere Kursentwicklungen. Das fünfte und letzte Projekt, das wir euch in diesem Beitrag vorstellen, ist MATIS. Basierend auf dem Gebiet des Optimistic Roll-Up entwickelt MATIS ein benutzerfreundliches, hochskalierbares, kostengünstiges und voll funktionsfähiges Layer-2-Framework, um die Migration von Anwendungen und Unternehmen von Web 2.0 zu Web 3.0 zu unterstützen. Sein skalierbares Protokoll unterstützt auch eine Vielzahl von Anwendungsfällen, darunter NFT-Plattformen, dezentrale Reddit-ähnliche soziale Plattformen, Open-Source-Entwickler-Gemeinschaften, Influencer-Communities, Gaming-Communities, Freelancer-Communities, Crowdfunding, Yield-Farming, Dex-Handel und vieles mehr. MATIS integriert das sogenannte Decentralized Autonomous Company Framework in seine Layer-2-Infrastruktur, ein Unterscheidungsmerkmal, das es allen Entwicklern, Erbauern oder Community-Leitern leicht macht, ihre Anwendungen und Communities aufzubauen. Außerdem vereinfacht es, voreingestellte Tools zu verwenden, um ihre Entwicklung zu erleichtern, die Zusammenarbeit zu verwalten und die Netzwerkeffekte des weltweit größten dezentralen Finanz-Ökosystems, also Ethereum, zu genießen, ohne die Kosten und Engpässe, die normalerweise mit Ethereum verbunden sind. MATIS hat sich hierbei zum Ziel gesetzt, die Entwicklung von dezentralen Anwendungen auf seiner Plattform so einfach zu gestalten, dass selbst absolute Blockchain-Neulinge dies in wenigen Minuten umsetzen können. Neben generell interessanter Technik bietet MATIS auch im Angesicht des bevorstehenden Ethereum-Updates im Sommer enormes Potenzial, weitere Kursanstiege zu erleben. Aktuell wird MATIS insbesondere über dezentrale Kryptobörsen wie Uniswap gehandelt. Auch eine mögliche Listung auf einer zentralisierten Börse kann dem Projekt in diesem Zusammenhang noch großes Wachstum bescheren. Ein abschließender Pluspunkt, der dem Projekt sicherlich auch zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft, ist die Tatsache, dass die Mutter des Ethereum-Mitbegründers Vitalik Buterin sich öffentlich an MATIS beteiligt. Da jegliche Finanzmärkte ein Spielfeld der Emotionen sind, ist ein solcher Umstand sicherlich ein Faktor, der dem Projekt ebenfalls bei seinem Weg an die Spitze zugutekommen wird. Also, nach wie vor entwickelt sich die Kryptosphäre laufend weiter und bietet stets neue Investmentmöglichkeiten für Investoren, die bereit sind, danach zu suchen. Selbstverständlich muss man als Krypto-Anleger nicht ständig in neue Projekte investieren. Je nachdem, an welchem Punkt man sich hierbei befindet und wie zufrieden man mit der Zusammenstellung seines Portfolios ist, sind kleinere Investitionen in neue Projekte jedoch nie verkehrt. Man sollte hierbei jedoch stets darauf achten, nur einen kleinen Teil seines Portfolios mit solch risikoreichen Projekten und Token zu füllen. Der Großteil eines Krypto-Portfolios, das darauf ausgelegt ist, nachhaltige Gewinne zu erzielen, sollte sich in diesem Zusammenhang auf etablierte, stabilere Projekte konzentrieren. Abschließend weisen wir euch noch darauf hin, dass absolut nichts eine eigene Recherche ersetzen kann. Jeder Investor empfindet hierbei Risikoanlagen anders, weshalb man sich stets selbst über mögliche Investitionen informieren sollte. Haltet euch also wie immer an die Grundregeln bedachten Investierens und bleibt smart. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir euch nach einer kurzen Übersicht über Bitcoin unsere Top 5 Projekte für Mai 2022 vorgestellt. Anfänglich haben wir euch vom Move-to-Earn-Trend sowie Steppen berichtet. Weiters haben wir euch die Projekte Kava, Nier und Mattis vorgestellt. Jedes dieser Projekte bietet auf seine eigene Art und Weise enormes Aufwärtspotenzial für die kommenden Monate. Bleibt also wie immer achtsam und vergesst nicht, die Zukunft ist und bleibt Krypto. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann schreibt uns einen Kommentar.